Wir haben die Probleme, die hier auf dem Tisch lagen, gelöst. Auch die Frage der Verteidigungsplanung der baltischen Staaten und Polens wurden dann von der Türkei akzeptiert. Das war ein wichtiger Schritt. Da gab es ja noch Uneinigkeit, bevor das Treffen begann. Wir waren uns heute auch einig, dass der Terrorismus der größte Feind ist.